Und wahrscheinlich dann willkommen zum ersten Gamescom Vlog Video. Wie ihr gerade seht, es ist schon Abend und ich werde euch jetzt einfach mal im folgenden Video ein paar Ausschnitte des Tages zeigen, was wir so passiert haben, was wir so gemacht haben, wen wir so getroffen haben und so. Und ich würde mal sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns dann. Wir sind immer noch unter der Brücke und warten jetzt einfach darauf, dass es 14 Uhr wird. Nee, man sieht dich nicht. Man sieht deinen Rücken. Voll erotisch. Nee, wir warten immer noch unter der Brücke, dass es 14 Uhr wird, dass wir eben hier ein paar Leute treffen werden. Uns ist eben aufgefallen, dass genau an dieser Stelle auch um 14 Uhr Riola ein Fantreffen macht. Also, ja, der macht Riola. Ja, der macht die Fantreffen. Wir sind jetzt aus der Gamescom draußen und äh... Sachern. Alter. Wir warten jetzt noch auf die gute Ellie, die vielleicht noch einige von euch kennen. Und die sollte jetzt demnächst irgendwann mal kommen. Die nächste halbe Stunde oder so wahrscheinlich. 20 Minuten, ja, dann kommt die und dann gehen wir noch ein bisschen wahrscheinlich an Rhein oder so. Und das war es eigentlich auch schon und äh... Zumindest wird es den heutigen Tag. Ja, genau, das war es für den heutigen Tag zumindest. Wahrscheinlich werdet ihr morgen und am Samstag ein bisschen mehr sehen, weil wir da einfach ein bisschen mehr filmen werden wahrscheinlich. Wir haben jetzt heute aber ein bisschen, weil es der erste Tag war so ein bisschen gefailt mit Filmen. Ja, ein bisschen testen. Ein bisschen getestet und so und ja. Jetzt habe ich keine Haare. Jetzt werde ich zum Fisch. Das sieht sehr hässlich aus. Ja, mit Spaß. Ja, cool. Also der Oli geht richtig ab. Lass immer an. Was passiert? Leute, was passiert hier? Ich verstehe es nicht. War das Erlebnis des Tages auf jeden Fall. Das war das beste Game, was ich auf der Gamescom gespielt habe. Oh, scheiße. Das ist auch voll von der Gamescom und nicht von Olvis Handy. Nein. Das ist nicht der Gamescom. Lass den aus. Von Olvis Handy. Komm, da hat der Porter recht, ja. Ja, ich bin zu dumm, um die Punkte zu getten, Alter. Das ist am Handy voll kompliziert, das Spiel. So, und das war es auch schon mit dem Video. Ihr findet euch hier sicher, ja, das war jetzt ein bisschen komisch vielleicht. Erstmal sagen wir hier, wir treffen jetzt gleich die Alli und dann kommt irgendwie doch nichts mehr. Waren die ganze Zeit nur diese zwei dabei. Ne, wir haben auch was mit anderen YouTubern, haben wir uns auch was getroffen. Aber haben da irgendwie nicht wirklich was aufgenommen. Und entweder, weil die YouTuber nicht auf das Video wollten, oder weil wir es einfach verbeilt haben, was aufzunehmen. Ähm, ja. Ich bin hier gerade, also ich werde jetzt hier gleich anfangen, das Video mal zu schneiden. Das seht ihr hier schon an meinem Notebook. Und der Olvide Gute, der schneidet hier schon am PC. Karsch. Die ganze Zeit mit seinem Video, der ist auch schon weiter, ich muss, ich muss aufholen hier. Du, bitte, ich bin voll weiter, Alter. Ich habe eine Tonsequenz von einem Lied und fange jetzt gerade an, die ersten Sachen schon anfangen zu machen. Das ist, schaut mal, wie weit er irgendwie schon ist. Ich bin schon, das Lied ist sogar noch overpowered laut, Alter. Wenn ich jetzt schon eine Ton zu haben. Schau mal, ich habe noch nichts hier, ey. Das war es auch erstmal mit dem Video. Morgen werde ich mich bemühen, ein bisschen was Tolleres zu machen. Wir werden auch morgen mehr YouTuber treffen. Morgen wird auch der Bluchen und so auf der Gamescom sein. Das Ganze wird wahrscheinlich ein bisschen toll. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss.